Isaac Kisethelin 24. Juni 1992 in Erebro, ist ein schwedischer Fußballspieler. Der Offensivspieler, der 2014 in der schwedischen A-Nationalmannschaft debütierte, gewann in seiner bisherigen Laufbahn den schwedischen und belgischen Meistertitel und wurde 2017 UN und 20 Europameister. Werdegang Debüt und Durchbruch in Schweden Kisethelin, Sohn eines Vaters aus der Doktor-Kongo und einer schwedischen Mutter, begann mit dem Fußballspielen bei Karls Lundsiv. 2009 debütierte er für den Klub in der drittklassigen Division 1 und kam im Saisonverlauf zu sechs Spieleinsätzen, stieg jedoch mit der Mannschaft am Saisonende ab. Zwar etablierte er sich in der dann vierten Spielklasse als Stammspieler und avancierte zum regelmäßigen Torschützen, erneut verpasste er allerdings mit dem Klassenerhalt und wurde mit dem Klub in die Fünftklassigkeit durchgereicht. Nachdem er auch dort mehrfach als Torschütze glanzen konnte, wechselte er im Laufe der Spielzeit 2011 zum Erstligisten IFK Norschöping. Kisethelin debütierte jedoch erst in der Spielzeit 2012 in der Altsvenskan, als er als Einwechselspieler beim 2-1-Auswärtserfolg im April des Jahres beim IFK Göteborg in den Schlussminuten Astrid Deistarawik ersetzte. Erst gegen Ende der Spielzeit kam er regelmäßiger zum Einsatz, blieb jedoch vornehmlich Ergänzungsspieler. In der zweiten Hälfte der folgenden Spielzeit setzte er sich als Stammspieler im offensiven Mittelfeld fest, am Ende der Spielzeit belegte er an der Seite von Martins Mettberry, Mortens Kjönsberg, Christopher Neimen und Matthias Floren den neunten Tabellenplatz. Auch zu Beginn der Spielzeit 2014 Stammspieler in seinem Klub, nominierte U21-Auswahltrainer Hokjan Eriksen ihn für die schwedische U21-Nationalmannschaft. Bei seinem Debüt im Juni des Jahres erzielte er neben Malcolm Münzer einen der Treffer zum 2-0-Erfolg über die isländische Juniorenauswahl. Kurz vor seinem Junioren-Nationalmannschaftsdebüt hatte Kisethelin seinen Wechsel innerhalb der Altsvenskan zum amtierenden Meister Malmö folgende bekanntgegeben, dem er sich ab Dezember 2014 für vier Jahre anschließen sollte. Schon einen Monat später einigten sich die beiden Klubs auf einen sofortigen Transfer. Nach seinem Debüt in der Qualifikation zur Champions League 2014-15 gegen FK Wenz bis beim 0-0-Heimunentschieden erzielte er bei seinem Liga-Debüt für den Malmöer Klub sein erstes Pflichtspieltor und war beim 1-0-Auswärtserfolg im Rückspiel in Litauen mit dem spielentscheidenden Treffer-Matchwinner. Letztlich qualifizierte er sich mit der Mannschaft für die Gruppenphase der Champions League. Während die Mannschaft dort als Gruppenletzte aus dem Wettbewerb ausschied, gewann sie am Saisonende den schwedischen Meistertitel. Eine Woche nach Saisonschluss trug Kisethelin auch zum zweiten Titelgewinn des Jahres bei, als er mit seinem Treffer zum 1-zu-1-Ausgleich in der 90. Spielminute im Spiel um den schwedischen Supercup gegen Pokalsieger 11 Sprag die Verlängerung erzwang und mit dem Klub anschließend im Elfmeterschießen triumphierte. Bereits im Oktober 2014 war Kisethelin gemeinsam mit Oskar Lewicki entscheidend an der Qualifikation der U21-Auswahlmannschaft für die U21-AM 2015 beteiligt gewesen, als die beiden im Rückspiel der Playoffs gegen die französische Junioren-Auswahlmannschaft nach einer 0-zu-2-Hinspiel-Niederlage mit jeweils zwei Touren zum 4-zu-1-Erfolg beitrugen. Im November feierte er schließlich im Rahmen der Qualifikation zur EM 2016 sein Debüt in der schwedischen A-Nationalmannschaft. Nationaltrainer Erik Heimreen wechselte ihn beim 1-zu-1-Unschieden gegen Montenegro in der 86. Spielminute für Erkan Zengen ein, um die Offensive zu stärken. U21 Europameister und Wanderjahre im Ausland Am 22. Januar 2015 wechselte Kisethelin zum französischen Erstligisten Giron en Bordeaux und unterschrieb ein Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Sein Liga-Debüt spielte er kurz darauf am 24. Januar 2015 gegen SC Bastia. Bis zum Sommer gehörte er zu den von Trainer Willi Sagnol regelmäßig eingesetzten Akteuren und bestritt 15 der 17 Ligaspiele bis zum Saisonende. Bei der letztlich erfolgreich gestalteten U21-EM-Endrunde war Kisethelin Stammspieler und bestritt alle fünf Endrunden-Partien. Sein einziger Turniertreffer beim 2-zu-1-Erfolg über Italien im ersten Turnierspiel der Scandinavia per Strafstoß kurz vor Spielende zum Endstand sollte bedeutend für den weiteren Turnierverlauf werden, da nach einer 0-zu-1-Niederlage gegen England und einem 1-zu-1-Remy gegen Portugal gegen die nunmehr punktgleichen Italiener der direkte Vergleich zugunsten der Schweden ausfiel und diese, trotz schlechterer Tordifferenz, als Gruppenzweiter ins Halbfinale vorstießen. Nach einem 4-zu-1-Erfolg über Dänemark dort kam es zum erneuten Aufeinandertreffen mit Portugal im Endspiel, das nach torlosen 120 Spielminuten im Elfmeterschießen entschieden wurde. Hier war Kisethelin erneut ein sicherer Schütze vom Elfmeterpunkt. Der schwedische Torhüter Patrick Kahlgren avancierte letztlich mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Helden und der Titel des U21-Europameisters ging 23 Jahre nach der bis dato einzigen Final-Teilnahme im Jahr 1992 erstmals nach Schweden. Die Spielzeit nach seiner Rückkehr zu Gérôme Bordeaux war von kleineren Blessuren überschattet, so dass er von den Nachwuchs-Akademiespielern Adam Onas und Enzo Crivelli aus der Startformation verdrängt wurde und im gesamten Saisonverlauf unter Sanyol und dessen Nachfolger Ulrich Rahme nur zu sieben Meisterschaftsspielen kam. Trotz eines erneuten Trainerwechsels zu Jocelyn Goveneck im Sommer 2016 kam er nicht über den Status eines Ergänzungsspielers hinaus, zumal er sich hinter dem vom AC Mailand verpflichteten Jeremy Minnes einordnen musste. Bis zum Jahreswechsel bestritt er sieben Spiele in der Ligue 1, dabei erzielte er zwei Tore. Im Januar 2017 wechselte Kiesetelin auf Leihbasis zum belgischen Klub der SC Anderlecht, der mit Gironde eine Kaufoption vereinbarte. In der UEFA Europa League 2017-18 avancierte er im 16. Finale gegen Zenit St. Petersburg zum Matchwinner für die Westeuropäer. Nach einem 2-0-Hinspielerfolg lag die Mannschaft im Rückspiel auswärts bereits mit 0-3 zurück, ehe ihm in der Schlussminute der Treffer zum 1-3 entstand und damit Aufstieg ins Achtelfinale aufgrund der Auswärtstorregel gelang. Bis zum Ausscheiden gegen den späteren Titelträger Manchester United im Viertelfinale, der sich nach 2-1-zu-1 unentschieden erst mit einem Tor von Markus Reschfert in der Verlängerung im Oldtreffer durchsetzte, bestritt er alle sechs möglichen Europa-Pokalspiele. Zudem war er auch in der Meisterschaft Stammspieler und trug mit 16 Spielen in regulärer Spielzeit und Meisterschaftsendrunde zum Gewinn des Meistertitels bei. Im August zog der Klub die Kaufoption und vereinbarte einen Fünfjahresvertrag, verlieh den Spieler jedoch direkt an den Liga-Konkurrenten Varsland-Beveren. Mit 16 Toren in der regulären Spielzeit, damit war er gleichauf mit Teddy Chevalier bester Schütze, war einer der Garanten für den Klassenerhalt. In den Playoff-Spielen zur Europa League erzielte er noch drei weitere Tore, so dass er sich hinter Chevalier und dem Torschützenkönig Hamdi Harba, der insgesamt 22 Saisontore erzielt hatte, auf dem dritten Rang der Torschützenliste einreihte. Aufgrund der Erfolge in Belgien hielt sich Kiesetelin im Kreis der Nationalmannschaft. Im Sommer 2018 nominierte ihn Auswahltrainer Janne Andersson für die Weltmeisterschaft 2018. Die Mannschaft scheiterte im Viertelfinale an England, jeweils als Einwechselspieler kam er dabei in vier Endrundenspielen zum Einsatz. Zur Saison 2018-19 wurde Kiesetelin an den deutschen Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen ausgeliehen.